hallo ihr lieben hallo ihr freunde das ist ja ein schöner platz im klarer zetkin park in leipzig in der pferdereinbahn gegenüber ja schöner platz wirklich da sind tolle baumetten entstanden und ich sehe da vorne ist noch platz ich würde da gerne eine eine wabe hinbauen macht jemand mit und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020